Willst du noch weitermachen? Ja gerne. Ist ja erst 3 Uhr. Äh 2 Uhr. Kapitel 2-2 Ich könnte dich jetzt nicht mehr in der Ganate reinschmeißen und dann alle töten. Die sind doch gar nicht mehr da. Doch klar, wenn du dich in die Kirche gestellst. Ja aber nicht selber. Ja gut, der ist jetzt schon, äh, auch da hinten. Nee, der ist in der Burg. Ah ja, da kommt der auch noch. Der wartet doch beim Händler bis Luis vorbeikommt. So, wie sieht's denn in der Tat aus? Trink Kaffee mit Salazar. Warte, ich hab keinen Platz, weil ich für gar nichts. Doch, bekomm mir doch die Kräuter, du fuckt halt. Ja klar schon, aber... Und schmeiß doch die Ammo weg. Warte, ich verkauf sie. Der Herr, wofür? Precious money man, pretty money man. Precious, hello? Das Ding ist wieviel lieben pro Stunde kriegt. Oh f***. Oh sh**. Egal, du kannst hier den Wagen abknühen. Smartest Ashen. Wow Ashen. Warum haben sie sich entzündet? Oh Gott, das ist so ungewohnt jetzt Ashley bei mir zu haben. Ja und jetzt? Endet sich doch nichts. Ah nee. Oh sh**. Oh Gott, diese Reichweite, die das Ding hat. Mhm. Oh Ashley. Gib mir einen rohen Fisch. 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 Fisch die Fisch an Salmen nennen. I'm sorry, President, but she didn't make it. What happened, Leon? Um, she was beheaded. What? Äh. Yeah, beheaded. Hab ich... Irgendwo ist noch einer, oder hab ich... Nein, nein, die Musik bleibt creepy, glaube ich. Ah, okay. Gib mir jetzt Fisch oder nicht? Nein. What the hell? Die weder so mit der Hell bleiben. Bis ich die Insel verlassen. Ja, aber ich schau mal, was ich hier gebe. Spätestens bis du... Bis du es uns erst mal verlierst, wird ihre Health eh Regen. Was echt? Aha, bis ich sie verliere, so viel verlieren muss. So, und dann Regen your Health, glaube ich. Jetzt bin ich gespannt, ob der Händler hier auch wieder gespawnt ist. Ne, ne, darf nicht. What the hell, der ist wieder da? Ich denke, der respawnt immer wieder. Pfff, der Typ ist einfach der Hammer. So, ab hier kann man die Red 9 kaufen. Stimmt. Ah ja, deswegen ist er da. So, hier GW Munitions, TP Munitions. Das kannst du vielleicht sogar in Spray kaufen. Und tunen kann ich nicht mehr. Starred 9, badass Wack. Und Schwuppestück. Mauser. Äh, fack kein Spray. Aber Punisher kann ich tunen, Feuerklass. Oh, nice. Du musst auch Kappa tunen. Soll ich? Soll ich? Ja, ne, zwei Schuss hast du übrig. Ähm, ne. Gib ihr einen Fisch, Mann. Oder, oder du wartest, bis du das nächste Mal ein gelbes Kraut findest. Also, ihre Health werde ich sicher nicht erhöhen. Doch, doch, glaub mir, das lohnt sich übel. Echt? Echt? Weil bei ihr, ihr fühlt sich das irgendwie magischerweise viel schneller als bei mir. Ja, gut, das schon, ja, aber meine WC so oft verletzt. Ich meine, wenn ich Tark bin, dann muss das ja nicht passieren. Also, mir hat's immer gereicht, bis zum Endgame, dass du beide voll gekriegt hast. Ja, das stimmt schon, ja, aber ich würd halt lieber eher mich. Na gut, ich schau. Ich würd's so sagen, wenn du jetzt ein gelbes findest, dann würd ich's mit dem grünen kombinieren und ihr in die Fresse stopfen. Ja, gut, ja, wir sind ja gut. Weil, heilen solltest du sie so oder so. Oh, fuck, ich muss noch, ich muss das gar nicht ganzer Dorf jetzt. Ja, ich kann sie ja oben dorthin verfrachten. Genau. Vielleicht sie soll bleiben und dann... Dann macht... Weißt du, wie das geht? Was sie... Ihr Befehle zu geben. Ja, ja. Kannst du ja sagen, sie sollen den Feind angreifen? Mit dem... Und zwar non-liefen. Non-liefen. Knopf. Ja, schläg ganz ruhig, okay? Alles ruhig. Ganz ruhig, das, was... Der Typ, der dir vorhin wehgetan hat, ja, du hast ihn die Move eingebildet. Fuck, das ist doch mäßig. So wirst du jetzt doch hier stehen. Ja, da müsste jetzt einer kommen, nicht wahr? Ja, warum hast du sie nicht nach oben gefördert? Ja, ich... Ich kann sie ja nicht... Sie kann ja nicht selbstständig laufen. Nice. Du... Du musst... Bis ich oben bin, bleib sie unten. Und wenn es jetzt da einer packt... Ja, aber passiert nicht. Warte, wo muss ich mich denn schon wieder hin? Zum Bauernhof. Warte, kann ich nicht einfach gleich zur Türe denn? Oder kannst du... Das kannst du auch machen. Oh Gott, Ashley, warum? Oh Gott. Wait. Ich werde mal kurz die Gegend abchecken, nur zu sicher. Nur diesen einen Weg. Ja, klar. Der müssten vielleicht Bären-Bären-Trap sein. Oh, Jesus. Was ist terrifying? Irgendeine Fahrt. Ja, ich hab' ihn gescheitert. Dann hast du... Ich landest wahrscheinlich in ihrem Rübenbeet. Sie dachte, es wäre der Nachbar, was die mir gedauert ihren Ball da... den Ball da reingekriegt. Ja, und der greift jetzt mit der fucking Fackel an. Ich schicke nicht, haben sie alle Benzin in der Fresse, oder was? Kerosin. Genau. Gott, ist das Spiel gut. Ich hab' ihn noch. In den, äh... in den Häusern gibt's nichts, oder? I don't know. Explore. Ja, aber... Hinten steht schon einer, wird Deutschland und Warte. Lassen, Warte. Jose, war das das Kind von dem Nachbarn? Nein, Javier! Nein, Javier, der war kleiner. Oh ja, genau. Steig mal über die Scheiß. Oh Gott, ey, wie gut die zielen. Boah, das hat zweieinhalb Points gezogen. Oh shit. Ja, was ist das, wenn das passiert? Geh zum Händler. Häusende? Ich wollte sagen, geh zum Händler und dann tune deine Knudde. Oh yeah, Punisher Action. Nice. Wie sie mir ihr Scheiß-Messer zeigt. Und jetzt... Hier ist du MEIN Messer, Bitch. Fuckin' Crozer. Gut, Leon, gut. Denkt, sie hat diesem Soldaten lang genug zugeguckt. Ja, echt mal. Okay, warte mal. Wird doch alles hier explorent. Vielleicht finde ich ja was. Ja, never look. Die Zeit macht dann halt C-Rang, aber es ist ja... Die Lichtverhältnisse sind echt nicht von Hilfe. Lichtverhältnisse? Ja, das ist sehr schlecht. Ja, und das ist richtig cool gemacht. Weil diese Stelle wird übelst terrifying nur wegen den Scheiß-Lichtverhältnissen hier. Ja, ja. Du hast hin und wieder mal einen Donner, der dann die Gegner erleuchtet und es ist even more terrifying. Genau. Was was auch terrifying ist, wie hoch die ihre Hosen haben. Alter, was? Wie hoch die ihre Hosen tragen. What the fuck, ey? Was ist terrifying? Was finde ich terrifying? Ja, 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 stimmt. Nein, das kann ich leider nicht machen. So. Zum Glück gibt es keine Stelle in diesem Game, wo du Ashley hast und Dogs come. Pff, keine einzige Stelle. Ich glaube, ich habe jetzt alle getötet hier. Ja, jetzt guck mal in den Häusern nach. Ja. Vielleicht gibt es ja Precious-Fangs, I don't know. Hm, hey, ist wieder ein Fass. Stolen einfach. Nice. Wie auch immer die dort versteckt. Stimmt, da macht voll keinen Sinn. Hm? Ja, hier gibt es eigentlich keinen Sinn, dass hier Sachen sind. Wobei gut, das ist eine Zeit vergangen. Fuck, ist noch jemand. Schön, dass sie sich hier aber immer ankündigen. Hm. Da kommt auf mich zu. Fuck, und nur die Augen leuchten. Und seine Missgabe. Ey, dieser awkward evasion sidestep von denen. Das sieht immer so aus, als wäre er einfach kurz betrunken und er hätte kurz control verloren. Aha. Fuck, ich sollte ein bisschen besser ziehen. Das war's mit Ammo sparen, hm? Ja, ist so, wenn diese scheiß Dinger immer kommen, ja. Klar, schieb's auf den Plages. Ja, ist doch so, die fressen immer. Jesus. Ja, die kommen nur, weil du... Weil... Weil... I don't know. Oh Gott, das ist ein Ärmer, hab ich noch. Ja, ja, wie wär's, wenn du mal umhörst. Jesus, ey. Briefkast. Briefkast. Ja, ja, Briefkast. Siehst du hier was? Die... die... die fesseln sind alle schön, bruv, respawn. Boah, 20er-Pack. 20er-Pack, nice. Oh, ich hab's hier plötzlich Tape-Munizier. Oh, das Glas wieder repariert wurde. Aber was vorm Fenster nicht? Ja, weil da ne Leiter drin steckt. Ey, wie viel Flips nur noch in der Luft? Fast wie beim Deathbarth. Ja, was hat mir hier? Das ist, was ich eigentlich jetzt denken muss. Ja, ich hab's sehr einfach einfach zurückgelaufen. Ich guck von oben auf einfach zu, wie Leon da rumläuft. Und rumflift. Rumpflift. Wind, halt, Kissen, auch noch. Boah, wie sie die Tür vorbei kadiert haben. Ja. Was, ob ich da zurückgehen möchte? Boah, oh, hopf. Und war mal ein Scheiß på'll. Stimmt. Ja, okay, ich glaube, jetzt kannst du es länger wiederholen. Ja, ist nichts. Scheiben nicht. Oh, wir kannst du ganz zurückgehen? K. Ja, ich habe schon mal ein Hab aff mia fuckerschemen. Ach, scheiße. Ach, refancy. Das Tor ist veriegend. Ich muss noch einen anderen Weg finden. Ah, gut, sie. Danke. Danke für Ihr Seine. Ruf Hunnigan per Codec an und sag, sie sollen einen Chopper hier vorbeischicken. Echt wahr? So, ich hab alles geclared? Area clear, ja. Chicken Chopper. Wo sollte dieser Extraction Point sein? Na ja, bei der Cabin. Echt? Nee, doch nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass das ein Auto ist. I don't know, das werden wir ja gleich herausfinden. ich habe eigentlich alles, was ich erschossen habe, habe ich jetzt mittlerweile wieder. Na also, passt ja. Atelier und du hättest ja einfach raussteigen können. America. So, Bärenfahren habe ich alle. Ah, ich muss jetzt eh auffangen. Genau, auffangen. Follow me. Ja. Pretty sure, dass es nicht möglich ist. Du bist 10 Meter gefallen. In 10 Meter hat die mit Erdbeschleunigung ganz schönes Gewicht auf den Knochen. Dann sind das keine zarte 55 Kilo, die sie da wiegt. Nö. Und so stark kann er nicht sein. Und das? Sarah und die andere. Ja. 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 Und Hannigan hat den Rest gemacht. Hannigan hat den Rest gemacht. Das ist gut. Ja. Wie ist das? Na ja, Worte. Ich weiß, ich weiß nicht. Die werden du was brauchen. Ja. Da ist ja die 5 Profi hättest du bisher nur noch 4 Päckchen gekriegt. Du, nehm mal Magnum. Pfff, nehm, nehm. Pfff, die scheisse Magnum-Munition. Oh shit, jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich sie ein bisschen angelockt. Ja, die beiden müssen wohl nah beieinander sein, damit das mit der Punisher klappt. Wow, das war knapp. Ah, der wusste, wo ist Ashley? Die habe ich versteckt. Der Mülltonne. Ja. Jawohl, kann ich nicht. Ja, gestoppt von dir. Nice. WTF? Fisch essen. Hat dich mit der Fucke geschlagen. Ja. Mit der Fucke geschlagen, ey. Warte, warte, bevor... Kommt schon wieder jemand? Ah shit. Die Frau kommt. Du hast meine Männer gekillt. Du hast Thorn getötet. Ah Gott. Ich schaue nun an die jeden Tag. Ja, Mann. Ich hoffe, sie geht jetzt nicht so... Ah Gott, sie geht durch das Haus. Was ist das? Mit ihrer Fucke... Fucked Art Vision. Wo ist die denn... Awe, das ist ja... Naja, du unterschätzt es nicht Das Gefühl für das wird immer länger und länger Oh Gott Just die sterben Ja, just die sterben Kicken wird nichts bringen, oder? Die wird es nicht riskieren So, pass auf Geh mal in Knife-Position Ja Warte Okay, und jetzt Knife einfach einmal Okay, das hatte zwei Gründe Einmal wollte ich gucken, wie weit ich hinterher hänge Aha Und ich wollte gucken Und dich mal drauf anschauen Guck mal, wie awkward sich Leon bewegt, wenn er einmal knifet Warum drückt er sich so, Homo? Ich glaube, er hat was der Hutte, um ein bisschen Reichweite zu bekommen Ah, what the hell? Du hängst ungefähr in ein, zwei Sekunden Mhm Jetzt kommt der nächste Was ist denn Bitter fuck, das ist voll geil so, ne? Wer ist da? Alter, what the fuck, er ist nie ausgebildet Mit diesem besoffenen Step Alter, voll die Reflexe Oh man, A-Stimmig Oh man, A-Stimmig Plage ist ja so Das ist also, das sollte echt alle töten und dann alle Plages zusammentrumlen und dann den Blinkern auf der Schmeißen Stimmt Andererseits, da kommt es nicht Bei dem Zaun nicht Ach doch, scheiße Da oben bewegen sich nicht Ne, knoll sie ab Ach, Strunsel könnte schlimmer sein Ich könnte ein Grashüpferbeine haben Was kannst du? Grashüpferbeine Oh Gott Oh yeah Okay, nice Lauf der Punisher Wie mach ich das jetzt bei sich? Ich geh von hinten ins Haus Ich geh von hinten ins Haus Nur auf der Knarre nachgucken könntest Dann wär bestimmt so ein kleiner Schädel Darauf G-geding So ein Eingrubel Genau So ein Schädel vom Punisher Ah Ah, jetzt wird Der Punisher Oh fuck, sie kommt Was sind sie jetzt? Aber immerhin machen sie es ein bisschen richtig Dass, wenn er schon in der Knife-Position geht, dass er seinen Oberkörper zumindest ein bisschen nach vorne dreht Äh Fuck, da wollte ich mich mal abknocken Ah, ich stehe noch jemand da Komm doch runter, Mann Sie wollen nicht Sie kennen mich Na gut, dann knall ich jetzt von hier schöngegeben gemütlich ab Oh fuck Oh fuck Shit Oh die Frau Mit der Axt am Arsch Ja Warte, verhast du mich Oh shit Hast du Angst von alten Frau? Alter, sie schmeißen mit Echsen um sich Und stöhnt wie eine alte Babuschka Toll Babuschka heißt auch eine Oma Ja, ich weiß Der wird schlossen Alter, die schmeißt voll gut Er hat Baseball gespielt Du weißt, wie alle in unserem Universum gut schmeißen können, haben immer Baseball gespielt Genau So, kann ich eigentlich dort lang? Ah naja, auf dem Bodyguard jetzt sehe ich drüber Natürlich musst du hingehen, nur um Exo rücken Hm Tja, aber könntest du mit Ashley nicht drüber steigen? Ja, theoretisch auch So, Achtung, hier sind Bären vor Wie lange dauert das eigentlich, ein Chopper von den USA nach... Spanien zu schicken? Ja Ich kann auch nicht Aber ich habe die Wie geht das zu tun? Oh, ganz geil So, warte, ich muss jetzt eigentlich alles, was alles haben Ja Es hat bestimmt schon lange Ich bekomme auch immer schön fleißige Eimer Okay, ja, das ist gut Aber da kommt nicht gleich der Händler? Ja, der kommt gleich um die Ecke Ja, warte doch noch bevor du upgradest Äh, bevor du reloadest Ich versuche jetzt irgendwie den zu killen ohne Surprise, Cogfack Du hast die Glück, dass kein Plages geschlüpft ist Ja, fuck Das ist geil Also diese Fallen sind extra nur wegen Ashley Ja, übel Weil das Spiel genau Halt das auf ihre Line legt Ja Ja Vor allem weil sie nicht Da, da, ähm Darüber navigieren kann quasi Genau, genau Das habe ich noch hier in der Kiste gesehen Oh Mann ey Hä Wer hat jetzt so Fickert sich die Menge gemacht, das BG-Gestell wieder hinzuschieben Ja, 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 ja So, ich sehe grad, dass hier hinten ist eine Kiste, das wusste ich gar nicht What the hell? Hütte! STIMMT! Jawohl, fuck! Warum jetzt so Piss of Shit? Was? Oh, hast du sie als Piss of Shit beleidigt? 54 Kilo aus deinen Schultern! Easy! Rock aufgerissen! So, jetzt kommt der Händler! Nice! Jetzt kannst du einfach deine Punish Upgrade! Na, jetzt hab ich die Kapazität aufgebildet! Gut, was are you selling? Ich hab noch mal zu! Wenn du Boss bist, dann change dich! Ha! Nein, Spaß! Spinel! Der verkauft doch die ganzen Schätze! Katzen auf den Pierstern und so ein Mist! Tata hat immer noch keine Sprays! Ja, das ist ja blöd! So! 13! Nice! Voll umsonst! Also Schüsse umsonst! Und du kannst sogar für die nächste schon theoretisch! Aber ey, das will ich nicht! Ja, nicht jetzt, wenn du Out of Ammo bist, meine ich! Ja, natürlich! Komm zurück! Schau! Bitte weg! Heckschau, Ashley! Jetzt hast du nicht gesplasht! Er war nicht drauf vorbereitet! Ne, er wolles weniger Gory für Ashley machen! Good guy merch! He-heh! He-heh! He's so kind! He's so kind! Genau, jetzt wird's erstmal Zeit, den... Koffer zu sortieren! Was tust du da? Was tust du dir? Ja! Ich check's übrigens nicht! Warum kommt... Warum kommt die Ammo... Das Ammo-Pack mit den wenigsten Schuss ganz nach vorne! Das ist doch das, dass das erstes weg ist! Ja, keine Ahnung! Ja, keine Ahnung! Ich ändere es ja für dich! Alter, du hast schon gut Ammo! Ja, ich bin schon! Aber ich kann's sagen! Alter, das sind 500... 200... 320... Plus 13... 333 Schuss hab ich! Eigentlich echt nicht schlecht! Hab ich auch ein paar Granaten angesammelt? Maximalgrenze, du darfst nur... Warte, warte! Hör mich zu! Das, was deine Knarre an Inhalt hat, zweimal noch haben! Also 26 Schuss max! Boah, so muss ich jetzt alles wegschmeißen! Nein, nein, nein! Ne, okay! Das, was deine Knarre hat, mal 10! Also 130! Ja, 10 Ex... 10 Spare Magazins! Hm, das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht! Ne, Alter, du brauchst das Ganze! Ja, natürlich! Toll, dieser scheiß Fisch! Oh mein Gott, dein Koffer sieht so scheiß aus! Wegen dem Fisch, oder? Wegen dem scheiß 20er Pack! Ja, der Schei... Der Hände soll... So mal... Weißt du! Verdammt! Ich könnte jetzt voll plündern! Oh je... Oh je... Leon, ich habe etwas schlechte Nachrichten! Ich hätte gerne nicht hören können! Wie, wie sie noch lucky ist! Ja, ich bin Angst, ich muss euch alles sagen! Ja, ich bin Angst, ich muss euch alles sagen! Wir müssen uns nachdenken für den Chopper! Ja, ich bin Angst, ich muss euch alles sagen! So, Leon, sei kein... sei nicht kindisch! Wir preppen einen anderen Chopper für dich! Weißt du, ein Helikopter mit einem Arctus! Wir schicken neun... Wir schicken neun... Hey, weißt du... Scheiß Amis und ihre unendlichen... Ressourcen! Ja! Aber... Geht einen Chopper down, schicken sie den nächsten! Scheiß COD! Fuck, wie mache ich das jetzt, ey? Ja, erstmal genießt du die Cutscene! Okay! Small World, ey? Genau! Alter, wie alle gleich aufsehen! Was werden wir tun, Leon? Alter, wo kommen die her? Wir sind so scheiße! Alter, der Typ rechts war! Warte! Fuck, sah aus wie Slenderman! Slenderman hat doch gar kein Face! Ja, das meine ich ja! Leon! Wie alle mit... Wie alle mit... Mit Bautabier und Schmeißen! Die Welt ist ein Kampf! Wie alle mit Ballistiks... Wie rutsch! Und ich glaube, dass es keine Relevanz mit meinen Fingern gibt! Jede Ohren sind zu groß! Ja, wir sind übelst die Segelohren! Aber sie hat Ballistiks! Ich fand sie früher übelst hot! Ja, ich glaube, wir sind zu alt geworden! Aber ja, wenn ich sie mir jetzt ansehe, finde ich sie gar nicht mehr hot! Ja, gut, sie ist halt 18, mein Gott! Ja, ich sehe sie nicht 20! Ich weiß! Ich weiß! Ich dachte, sie wäre sogar 20! Also, ich würde sie mindestens einmal sacken lassen! Ja, okay! Jesus! Was? Guck mal! Hey, vielleicht erzeugst du schon ein gutes Vakuum! Ich weiß! Ich weiß! Okay, es ist Spielzeit! Okay, Luis, piece of shit! Warte! Er übernimmt doch fast das Ganze! Echt? Ja, wenn du es geschickt einstellst! Ich sag's mal so, du hast die Punisher! Du schießt doch jetzt eh durch mehrere Gegner durch! Ja, ich stelle mich jetzt einfach oben auf die Treppe und alle die hochgehen, knall ich in ein Rower! Genau! Ich hoffe einfach, dass er brav ist und mit mir seine Ammo teilt! Kannst du diese? Ich hab' den Lief! Ich kann' den Lief! Ich hab' den Lief! Ashley Graham ist ein Model? Warum bin ich damit nur Luis keine Schulterstütze? Was ist das zu cool für den shit? Alter, Ashley Graham gibt's wirklich! Okay, schießt hart. Willst du nicht oben noch alles sammeln? Ja, das mache ich, wenn ich oben bin. Und dann beweihrate. Shit. Oh oh. Da fängt schon an. Sie ist geboren 84. Okay, es war 20, Entschuldigung. Scheiße, da ist ein Pisser. Ja, wie jetzt? Das Ding eigentlich funktioniert. Fisch, Fisch. Nein, ich pass für Ashley. Damn it. Damn it. Okay, nimm es einen hier. Ich will nur noch eine Blende trainieren. Musst du 7 weitere Minutes durchhalten. Was ist sie? Das dauert sieben Minuten? I don't know. Feels like eternity. Es kommt drauf an, wie viele Gegner du killst. Ah, Mist, da ist schon wieder ein Plager. Wenn du hier mit der Infinite Typewriter da stehst, dann killst du diese, glaube ich, alles ziemlich schnell. Ah, da sind zwei verdammte Plagen. Egal, du hast doch, du hast doch eine Ding. Eine Punisher. Punisher sie doch. Okay, jetzt bist du leer. Jetzt darfst du nie wieder eine Waffe mit in die Hand nehmen. Alles, alles close combat. Und ich habe, ich habe mehr im Monitor, nachdem ich angefangen habe. Stimmt. Ja, weil du Pussy mit Blattkrammacken spammst. Ja, danke, Luis. Use this. Ja, der Wurru. Hallo, hilf ihm doch. Alter Schwede, wie viel er das sieht. Vollschmeiß mit Handgranaten in der Holzkabel rum. Fucking American. Oh hey, läuft doch jetzt gut bisher. Toll. Alter, Luis. It's gay. Alter, Luis. It's gay. Alter, geht schneller. Hey, Luis. Dodge-Manöver. Ich weiß, er schmeißt dir Ammo hin. Und du benutzt sie nicht, sondern schmeißt nur Leiterung. Das noch Ammo. Ich meine, ich weiß, du wirst die Ammo. Fuck, hier ist schon wieder einer. Ich weiß, du wirst die Ammo brauchen, aber... Fuck, der hat überlebt. Die kill ihn doch mit... Genau. Danke, Luis. Hast du ein B gedrückt? Ja. Use this. Hallo, Luis. Wie viel Ammo hat man? Wie viel Ammo hat man? Wie viel Ammo hat man? Du bist dann cool, buddy. Wie bei mir. Fuck. Die gehalt wieder runter. Los, Luis hier oben. Oh, wie cool aussieht. Oh, ich hab's geschafft. Bringt nix, Jungs. Dieser Spanier hat unendlich Munition. Und sind sie wieder unten. Weil weiß Ashley, dass sie runterkommen können. Die beiden Reden noch nicht schießen. Alter, wie... Luis einfach geht. Und... 2 Meter links steht einfach Ada. Nein, Magic Ammo. Wenn Leon nur einen Schritt weiter rausgegangen, hätte Ada gesehen. Genau. Oh, oh. Okay, nice, nice. Überall S-Rank hast du bekommen. Also, ich geb dir S-Rank überall. Nice one. Puh. Okay, A. Zeit. Toll, war klar.